Jetzt gibt es ja das schon eine wunderbare Zeit lang, nicht nur die SAS Foundation, das dürfte jetzt mittlerweile hoffentlich die meisten von Ihnen wissen, nein, es gibt es jetzt auch schon seit zwei, drei Monaten dieses wunderbare Konzept, emotionale Globalisierung im Kontext mit den virtuellen Saarlandbüros, da haben wir ja schon mit dem einen und der anderen gesprochen zu diesem Thema, da tut sich denn schon wirklich viel, aber ich glaube, das ist immer wieder nett, wenn wir denn auch mal sagen, wir ziehen mal so ein Fazit zwischendrin, wir unterhalten uns mal mit Michael Harz, dem Vorstandsvorsitzenden der SAS Foundation und den holen wir jetzt einfach mal hier mit rein, schnurrt es per Knopfdruck. Herr Harz, herzlich willkommen heute zu unserem kleinen tollen Talk. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Burglar. Immer wieder selbstverständlich, ohne Sie hätten wir ja mitunter dieses schöne Programm nicht. Aber SAS Foundation, da gibt es natürlich auch noch mehr. Wer schon mal die Facebook-Gruppe oder so gesehen hat, wenn ich keinen Michael Harz finde und ich bei der SAS Foundation anrufe, wen bekomme ich denn zu dem Thema noch ans Telefon? Ja, wir haben jetzt diese Kampagne ja gestartet im Juli diesen Jahres. Und zwar ist das zum einen die Frau Dr. Nicole Paschke, ist Mitarbeiterin hier in unserer Stiftung und meine Person. Wir beiden sind quasi die Gesichter für diese Kampagne der Saarlandbüros weltweit für die SAS Foundation. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch hier in unserer Stiftung noch eine Verwaltung. Das heißt, auch da könnte zum Beispiel die Frau Faber ans Telefon gehen, Christine Faber. Und wir alle drei, Christine Faber, Dr. Nicole Paschke und ich, sind auch in den Facebook-Gruppen ansprechbar. Das heißt, wenn man in Facebook auf Saarlandbüros weltweit geht, in diese Gruppe, die ist öffentlich, kann jeder zutreten. Dann sind wir drei eigentlich ansprechbar und helfen gerne weiter. Gut, das wollte ich auch mal. Da haben wir bisher die ganze Zeit nie drüber gesprochen. Und dann denke ich, wenn jetzt die vielen Anrufe zu Ihnen kommen, dass da keiner erschreckt, wenn Sie nicht direkt da selbst am Telefon sind. Weil ich glaube, das ist auch eine Herausforderung und schön, wenn man dann auch direkt auf jemanden trifft, der sprechbereit und sprechfähig ist. Und ansonsten haben wir ja immer mal, können wir mal unten irgendwann mal einblenden, Ihre E-Mail-Adresse, über die Sie erreichbar sind. Oder halt, wie schon gesagt, dann das Thema der Facebook-Gruppe, die man sehen kann. Jetzt ist ja nicht jeder auch bei Facebook, aber man findet sie auch, glaube ich, bei Twitter. Man findet sie über LinkedIn, bei Xing, man findet natürlich auch, wer nochmal diese Gespräche nachvollziehen will, natürlich auch in YouTube. So ist man den relativ breit aufgestellt. Und ich glaube, Sie antworten ja auch direkt oder ziemlich zeitnah und direkt sollte auf Sie da eine Anfrage zukommen. Ja, in der Tat. Also wir haben all diese Social-Media-Kanäle, die Sie gerade erwähnt haben. Und darüber hinaus ist eigentlich unsere Website, sasfoundation.de, die zentrale Quelle. Dort sind alle Saarlandbüros nochmal aufgelistet. Das heißt, jeder unserer Saarlandbüros, der ein bestimmtes Angebot hat, ist dort zu finden und geht also auf sasfoundation.de, hat dann entsprechend die Rubrik Netzwerke. Und bei den Netzwerken ist dann direkt zu sehen Saarlandbüros. Wir haben jetzt bestimmt schon zehn oder elf Einträge von verschiedenen Saarlandbüros weltweit. Insgesamt haben wir 42 Länder und 60 Teamleiter, die diese Saarlandbüros führen. Das heißt, in einigen Ländern haben wir auch mehrere Teamleiter. Ja, und wenn dann jemand über diese Webseite uns anschreibt beispielsweise oder uns anruft, dann sind die Frau Dr. Aschke, die Frau Faber und ich telefonisch und per E-Mail auch natürlich bereit, täglich da die Anfragen entgegenzunehmen. Ganz klar. Das ist toll. Also ich hoffe, wir haben jetzt schon mal im ersten Schritt Menschen motiviert, sie einfach denn mal zu kontaktieren. Obwohl, ich könnte mir vorstellen, das ist ja doch letztendlich so ein Bohren dicker Bretter. Ja, oder viele haben ja bestimmt tolle Ideen, haben vielleicht die ein oder andere Problematik, wie kriege ich meine super dufte Idee faktisch und pragmatisch auch umgesetzt. Was haben Sie da, stehen Sie da auch ein Gewehr bei Fuß dabei und sagen Sie, da können wir ideell oder mit praktischen Anleitungen unterstützen und versuchen, dass man die Dinge umsetzen kann. Also wie allein und selbstständig muss denn so einer sein, wenn er in seinem virtuellen Saarlandbüro sitzt? Ja, also wir haben ja, ich sag mal, einen Prozess auch definiert, wenn wir jetzt eine Anfrage bekommen, dass wir sagen, wir haben ja über diese gerade genannten Social Media Kanäle jetzt eine Anfrage. Und diese Anfrage werden wir dann erstmal bearbeiten, indem wir sagen, wie sieht es aus, lieber Saarlandfreund, du magst das Saarland, willst du dich engagieren? Das wäre so die erste Stufe und mit dem führen wir dann natürlich als erstes auch ein persönliches Gespräch. Das ist ganz wichtig, um herauszufinden, was ist denn sein Anliegen? Was möchte er vielleicht in dem jeweiligen Land, in dem er sich befindet, was möchte er machen? Also möchte er beispielsweise einen kleinen Freundeskreis gründen und dass man sich dort in dem Land mal trifft zum Networking-Treff, also auf ein Bier oder ganz ungezwungen einmal im Monat. Das wäre vielleicht so die einfachste Art der Umsetzung. Darüber hinaus sagen wir aber auch, wenn jetzt jemand noch mehr machen möchte, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt nicht nur ein Networking-Event, sondern mein Saarland-Büro sollte vielleicht eine ganz konkrete Idee verfolgen. Und dann diskutieren wir mit ihm die Idee, entwickeln sie auch weiter und überlegen, wer kann uns bei der Umsetzung dieser Idee helfen? Wer sponsert vielleicht auch, welcher Kontakt sponsert diese Idee? Und wie können wir in dem Bereich, in dem sich der Saarland-Freund bewegt, helfen? Also wir decken ja alle Bereiche ab, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Sport, Gesellschaft. Und dann gehen wir mit demjenigen ins Gespräch und gucken, was sich entwickelt. Das sind ja schon mal gute Schritte. Ich lasse gerade unten mal die Internetseite durchlaufen, damit man das denn schon mal sehen kann. Und jetzt so, bevor wir uns nochmal über dieses spannende Thema emotionale Globalisierung unterhalten, was bestimmt viele nochmals interessiert, was steckt hinter dieser tollen Begrifflichkeit. Wie sind denn jetzt schon so Ihre ersten Erfahrungswerte? Ich meine, wenn Sie da jetzt erst im Sommer damit gestartet haben, ist das Baby ja noch ganz, ganz frisch. Ist da schon ein Funke übergesprungen? Sie machen ja auch Sprechstunden. Da in der Facebook-Gruppe habe ich schon gesehen. Merken Sie, ja, das kommt an, das bewegt sich? Oder sagen Sie, wir brauchen noch jetzt nochmal so den nächsten Schub innerhalb dieser Kampagne, um nochmal was zu bewegen? Ja, also da ist es so, man muss diese Social Media Kampagne differenziert betrachten. Das haben wir jetzt auch gelernt in den letzten Monaten. Zum einen erreichen wir mit unseren Posts doch sehr viele Leute. Also so ein Post kann 20, 40, so bis 60.000 Personen erreichen, beispielsweise auch über Facebook. Das ist sehr erfreulich. Wir werden dadurch auch bekannter. Man muss mit den Leuten persönlich ins Gespräch kommen, um eine Idee zu entwickeln. Das heißt, wir sind auf der einen Seite, werden wir bekannt. Auf der anderen Seite gehen wir dann ins persönliche Gespräch. Und dann werden diejenigen natürlich, das sind schon weniger, die sagen, ich möchte meine Zeit investieren. Ich möchte eine konkrete Idee vorantreiben. Und da haben wir aber, und das haben wir ja auch in unseren YouTube-Videos veröffentlicht, schon einige Saarlandbüros jetzt auch neu entwickelt und eröffnet. Und die Aktivitäten dieser Saarlandbüros haben wir auch vorgestellt. Beispielsweise vor kurzem Professor Rauber in Brasilien, in Nigeria, jetzt Professor für Informatik und haben seine Entgehen nochmal publiziert. Also wenn man ins Gespräch geht mit den Leuten, dann kann man viel entwickeln und dann baut sich das auch sehr gut auf. Und dann entsteht auch ein gewisser Faktor, wo man sagt, jetzt will ich dabei bleiben und die Begeisterung, die springt ja noch über. Ja, das war ja nett. Also ich kann mich noch sehr positiv an das Gespräch mit Brasiliens Professor Rauber erinnern. Vor allen Dingen die Kommentare in Facebook, als er rausgeschossen hat, die Saarländer sind die Brasilianer Deutschlands. Das war schon, glaube ich, ein sehr nachhaltiger Effekt. Das macht Spaß. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht Merchandising-mäßig T-Shirts damit betrogen lassen soll. Das war doch sehr nett und sehr erfrischend. Es zeigt aber auch auf der anderen Seite, wie unterschiedlich jetzt diese Menschen und auch diese Leute sind. Und ich hoffe, wir haben alle Töne jetzt wieder denn präsent vor uns. Und ich sagte, es ist eigentlich jetzt spannend mit den paar Talkrunden, die wir jetzt schon mit den Vertretern der virtuellen Saarlandbüros hatten. Es ist ja auch sehr erfrischend und spannend zu sehen, wie unterschiedlich diese Charaktere sind. Und dass es wirklich sehr unterschiedliche Interessengebiete sind, die sich aber auch bestimmt freuen, wenn sich da noch andere zusätzlich mit neuen Themen oder neuen Gebieten mit andocken. Ja, absolut. Also wir freuen uns natürlich, wenn es zum Beispiel der Professor Rauber jetzt schafft, eine Community zu bilden. Genau wie wir jetzt auch bei den anderen Saarlandbüros in aller Welt, ist immer wieder feststellen, wir brauchen eigentlich einen, der das Saarland kennt und mag in dem jeweiligen Land. Das muss kein gebürtiger Saarländer sein. Das kann jemand sein, der im Saarland studiert hat, der längere Zeit hier gearbeitet hat im Saarland und jetzt wieder in dem Land XY lebt und dort entsprechend auch arbeitet. Und wenn dieser sein persönliches Netzwerk dann einbringt, dieser Kontakt im Ausland, dann kann sich daraus natürlich ein sehr gutes, lebendiges Netzwerk entwickeln. Also einer sollte das Saarland kennen und er sollte seinen persönlichen Netzwerk dann aus dem Saarland erzählen, dass man sagt, wir haben ja in unserer Gruppe, wenn wir zusammenkommen, sowieso ganz verschiedene Themen. Und wenn wir diese Themen besprechen, dann denken wir zusätzlich dann noch an Saarland und wenn wir vielleicht diese Themen in der Gruppe, die ja schon existieren, dann auch verbinden mit dem Saarland, dann ergibt sich da, denke ich, eine interessante Kombination, dass man sagt, wir möchten jetzt eine Brücke schlagen bei dem Thema in Saarland und so dann gemeinsam mit unserer Stiftung dieses Thema weiterentwickeln. Das ist ja spannend. Das ist ja spannend. Zumal jetzt ja noch als nächstes, was ja auch sehr spannend ist und ich glaube jetzt die Vielfalt auch aller Aktivisten denn zeigt ist, wenn wir das nächste Gespräch mit dem Herrn Niehaus in Ohio haben, ja, virtuelles Saarland-Büro, der jetzt glaube ich seit zehn Jahren im Ruhestand ist und in diesem Unruhestand heraus, ja, eigentlich immer noch hoch engagiert ist, sich auch mit Wirtschaftszähnen und anderen Dingen beschäftigt, dass sich da eine sehr große Initiative zeigt. Ich glaube, das wird auch nochmal eine sehr spannende Gesprächsrunde, einfach mal das von seiner Persönlichkeit her auch mal zu zeigen, dass das jetzt wirklich altersunabhängig ist und man eigentlich dann sagt, Uh, virtuell, das muss man ja ein Digital Native sein, um diese Dinge zu tun, dass das de facto eigentlich nicht so ist, ja, sondern dass man jetzt halt die Technologie sinnhaft einsetzt. Also für uns ist dann halt die Technik Mittel zum Zweck für das, was man als Inhalte bedienen will. Also das wird eine spannende Geschichte. Da haben wir ja noch zwei andere Gespräche, aber die verraten wir jetzt mal noch nicht, aber es ist auch weit, weit, weit weg. Und jetzt sollten wir nochmal so auf den Urkern kommen dessen, was die SAS Foundation da angetrieben hat, sich diesem Thema, diesem praktischen Thema virtuelles Saarland-Büros zu widmen. Sie haben dieses Positionspapier als Konzept im Juni, Juli vorgestellt mit einer sehr wunderschönen Formulierung, die vielleicht aber nicht für jeden direkt so greifbar ist. Das ist diese Formulierung emotionale Globalisierung und das machen sie in vier Paketen. Erzählen Sie uns mal nochmal kurz, was da es mit sich auf sich hat. Ja, vielen Dank. Also die emotionale Globalisierung des Saarlandes, das ist richtig, wollen wir ja vorantreiben als Stiftung. Das heißt, das ist auch quasi in der Satzung unserer Stiftung so verankert. Wir wollen das Saarland international bekannter machen und zwar in allen Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft, Kultur, Sport, also in allen Bereichen, die man sich vorstellen kann. Und jetzt ist halt die Frage, emotionale Globalisierung ist ein sehr abstrakter Begriff. Wie kann man eine Region oder ein Bundesland wie das Saarland emotional globalisieren? Wir haben da eine Studie von Matthias Horx zugrunde gelegt. Er ist ja Zukunftsforscher und hat vor kurzem eine Studie herausgebracht, Siegeszug der Emotionen. Und in dieser Studie wird ganz klar nochmal formuliert, dass die Emotion eigentlich ein Treiber ist des menschlichen Handelns in der Gesellschaft und beispielsweise auch in der Wirtschaft. Und diese Emotionen, die eigentlich bisher auch noch nicht so genutzt werden, bilden eine ganz tolle Möglichkeit, neue Wertschöpfung zu generieren. Und wenn man diese Emotionen für die Region weckt, dann kann man da entsprechend neue Aktivitäten auch erzeugen. Und das ist eigentlich so der Hintergrund, warum wir als Stiftung gesagt haben, das ist faszinierend und wir wollen in 193 UN-Staaten, also in jedem UN-Staat auf der Welt, wollen wir ein Saarlandbüro, eine virtuelle Gemeinschaft gründen, die eigentlich immer fußt auf der Frage, wer ist emotional für das Saarland ansprechbar. Deshalb emotionale Globalisierung, wer mag das Saarland, wer ist da positiv entsprechend gestimmt. Und die Leute suchen wir und das sind vier verschiedene Phasen, die wir da definiert haben in diesem Konzept. Die erste Phase ist, dass wir sagen, wir wollen erstmal die Freunde des Saarlandes finden. Also die Frage, wer mag das Saarland und das müssen nicht nur die gebürtigen Saarländer und Saarländerinnen im Ausland sein, sondern jeder, der in irgendeiner Weise mal hier studiert hat, Ehepartner ist aus dem Saarland, der hier mal gelebt hat, der gesagt hat, das ist eine tolle Region. Mein Herz hängt noch an der Region. Ich bin zwar jetzt in dem Land der Kryptos, aber ich möchte was zurückgeben. Und wenn wir die gefunden haben, dann haben wir mal schon die Stufe 1 erreicht. Stufe 2 wäre dann zu sagen, wer ist bereit, von diesem Saarland-Freund ein Saarland-Büro zu eröffnen, in diesen fünf Bereichen, die ich vorhin genannt habe, Wirtschaft, Wissenschaft, etc. Und wenn wir das entsprechend mit den Kontakten herausgefunden haben, welcher Kontakt möchte aktiv sein, würden wir mit ihm zusammen ein Saarland-Büro gründen, eine virtuelle Gemeinschaft, die auch im Internet präsentieren, auf unserer Website und auch im Social-Media-Bereich. So, und diese zweite Stufe würden wir dann gerne ausbauen mit einer dritten Stufe, nämlich Aktivitäten. Also, welche Aktivitäten möchte das Saarland-Büro vorantreiben? Wir würden als Plattform hier unterstützen und unsere Kontakte, die wir ja haben, da auch einbringen, dass wir sagen, wenn jetzt ein ganz konkretes Projekt ansteht, welcher Projektpartner käme in Frage, vielleicht haben wir auch einen Sponsor, der da entsprechend was beisteuern könnte. Und letzter Schritt, also das wäre Stufe 4, ist auch mal zu gucken, wie sieht es denn neben der Kultur und neben der Wissenschaft aus mit dem Bereich der Wirtschaft, welche regionalen Wirtschafts-Cluster gibt es in dem Land vor Ort, also das heißt jetzt in den USA, in Brasilien und Australien, welche regionalen Wirtschafts-Cluster gibt es hier im Saarland und diese Wirtschafts-Cluster quasi zu analysieren und zu matchen, also zusammenzubringen und daraus wirtschaftliche Chancen zu generieren, das ist ganz zentral auch in dem Konzept. Aber wichtig ist, dass man versteht, wir betreiben jetzt keine direkte Wirtschaftsförderung, sondern wir bleiben im emotionalen Bereich, jetzt quasi im Vorfeld der klassischen Wirtschaftsförderung, im emotionalen Bereich, wir suchen die Sympathisanten. Das klingt schön, wir suchen Sympathisanten, das ist wirklich sehr wichtig. Ne, das war jetzt so ein hellender Flug, ich glaube es ist jetzt auch wichtig, dass sie es eigentlich auch genau titulieren, um was es geht, ja. Also dass die SAS Foundation jetzt nicht versucht, in den großen Kampfbereich der Wirtschaftsförderung zu gehen, da unterhalten wir uns ja auch über Personal, finanzielle Ressourcen und so weiter, das würde ja jeden Rahmen sprengen. Und deshalb ist es auch, glaube ich, gut, wenn man das von vornherein halt her sagt, oder was man unterstützt und in welche Richtung das gehen soll. Und ich glaube gerade für Start-ups oder auch mittelständische Unternehmen, die sagen, ich habe da was, was man auch wirklich exportieren kann, in den unterschiedlichsten Bereichen, ist ja dieses Netzwerken für irgendwo Türen zu öffnen. oder mal Kontakte zu haben zu Menschen, die man auch da mal geschützt ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann, ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, oder? Ja, also wir haben ja im Saarland sehr viele Unternehmen, sei es jetzt Start-ups, wie gerade von Ihnen genannt, oder auch etablierte Unternehmen, die halt schon lange hier arbeiten, die auch entweder schon exportieren oder wenn sie als Start-up gerade am Markt sind, exportieren möchten. Und da kann man zum einen auch, können wir mit den Firmen, die etabliert sind, ins Gespräch kommen und sagen, ihr als Netzwerk, ihr als internationales Unternehmen, vielleicht auch gerade der Mittelstand, habt vielleicht Kontakte in den einzelnen Ländern, die zusätzlich ehrenamtlich auch was für die Region tun möchten und ehrenamtlich freiwillig dieses Saarlandbüro eröffnen, damit man zu diesen wirtschaftlichen Aktivitäten dann auch noch quasi Ansprechpartner ist für kulturelle Aktivitäten oder auch andere Dinge. Und so können wir uns vorstellen, dass wir da entsprechend auch Saarlandbüros aufbauen und diese Saarlandbüros von den etablierten Kontakten wären dann auch eine tolle Hilfe für die Start-ups, wo die sagen, alles sehr toll, jetzt gibt es da ein Saarlandbüro, jetzt haben wir da einen ganz konkreten Ansprechpartner und wenn wir zum Beispiel wissen wollen, ob in dem Land ein Produkt, was wir entwickeln, ankommt, dann können wir vielleicht auch mal rausfinden, welcher Kontakt vor Ort können wir ansprechen, um so eine Marktstudie vielleicht mal einen Auftrag zu geben oder auch noch davor, bevor eine Marktstudie überhaupt einen Auftrag gegeben wird, mal zu fragen, wer ist da überhaupt Ansprechpartner für mich? Also diese Vertrauensperson vor Ort, das ist ein wichtiger Faktor. Aber wir suchen ja Leute, seriöse Vertrauenskontakte, die dann helfen, die, und das ist ja auch in der saarländischen Mentalität irgendwo verankert, diese Hilfsbereitschaft, diese Toleranz, diese Weltoffenheit, aber auch diese Heimatverbundenheit. Und das wollen wir in diesem Saarlandbüro abbilden. Ich glaube, das ist auch nochmal meine persönliche Meinung, weiß nicht, ob es mir da zustimmt, ich hoffe es doch zumindest, ist, ist natürlich auch dann immer nochmal die Frage, deshalb sehe ich eine große Möglichkeit, ist ja auch mal so das spannende Gefühl zu kriegen, ab wann ist es denn sinnvoll, überhaupt darüber nachzudenken, in ein anderes Land, in einen Markt zu gehen. Ich glaube, viele machen auch den Fehler, dass sie diesen Sprung versuchen, ohne sich hier ein Fundament geschaffen zu haben, wo man sagen, wir sind ja hier jetzt schon auf dem Markt etabliert und vielleicht diesen Sprung viel zu früh versuchen, ohne die Ressourcen, sei es jetzt personell, ich sage ja immer, die größte Ressource ist immer der Faktor Mensch, ohne die Ressourcen zu haben, auch nochmal das Kapital zu haben, oder es könnte natürlich auch sein, das wäre ja dann nochmal so die Rettung vor dem Sprung, dass man denn halt sagt, bleiben wir mal jetzt im digitalen Bereich, habt ihr jetzt da ein ganz tolles Software, ein ganz tolles Produkt, traue mich schon gar nicht mehr, das Wort App zu sagen, es gibt Millionen von Apps, das ist ja ein sehr schweres Geschäft geworden zu sagen, das ist toll und klasse, aber das ist vielleicht hier für die Deutschen gar nicht so toll, aber da gibt es irgendwo ein Land, wenn ich die App oder das Programm internationalisiere, finde ich da ganz andere Absatzmärkte, wo dann auch dementsprechend Umsätze generiert werden können, was in Deutschland vielleicht nicht so ist. Ich glaube, das ist so ein Themenfeld, das noch gar nicht so oft irgendwo gesehen wird oder mit ins Auge genommen wird, aber wäre doch eine schöne Variante, sich darüber etwas vortasten zu können, oder? Ja, also es ist ja auch gedacht für den saarländischen Mittelstand, dass wir mit diesem Netzwerk da weiterhelfen und auch für die Start-up-Szene, auch dass die sagt, wie können wir in welchen Ländern vielleicht entsprechend neue Absatzmärkte generieren über die vorhandenen Kontakte, die das Netzwerk jetzt auch bietet und deswegen sind wir eigentlich auch offen für alle, die mit uns eine Partnerschaft, mit unserer Stiftung eine Partnerschaft eingehen möchten, mit den Firmen oder auch mit den Institutionen im Saarland. Also unsere Kampagne zielt auch darauf ab, mit den saarländischen Institutionen uns zu vernetzen, mit den saarländischen Firmen, um so dann auch über diese Akteure hier im Saarland deren Netzwerke auch mitzunutzen und so quasi gemeinsam als Netz der Netzwerke einen weltweiten Verbund von Saarlandbüros aufzubauen. Das heißt, es ist für Sie eigentlich auch wichtig, dass dieses wunderbare Konzept dieser emotionalen Globalisierung für das Saarland auch hier im Lande verstanden wird und jetzt nicht nur bei allen Saarlandfreunden im Ausland. Wie wichtig ist dieser Faktor und was können Sie da noch tun oder noch mehr tun, dass auch diese Bewegung aus dem Saarland herauskommt oder jetzt auch jeder Saarländer mal schreibt, ich kenne da in Timbuktu oder in Barcelona oder irgendwo, halt einen tollen Saarländer, der das eigentlich liebt, Dinge zu organisieren, Dinge zu verknüpfen, Dinge zu netzwerken. Der Saarländer ist der geborene Netzwerker natürlich schlechthin. Bedarf es da noch ein bisschen mehr? Durchdringen Sie schon irgendwo dieses Land oder sagen Sie, da hätten Sie gern noch ein bisschen mehr Unterstützungspower? Ja, also wie eingangs erwähnt, wir sind zwar in 42 Ländern bereits aktiv mit Saarlandbüros, aber die Länder, ich meine, es sind ja auch einzelne Länder dabei, die riesig sind wie USA oder China und auch wenn wir da ein- oder zweimal vertreten sind, macht es durchaus Sinn, wenn man weitere Kontakte aufbaut oder wie ich jetzt auch gelernt habe, wenn man vielleicht auch mal einen Kontakt in Paris hat und dort ein Saarlandbüro aufbaut, ist man aber auch interessiert, und wohl auch die saarländische Landesregierung interessiert, jetzt nicht nur in Paris einen Stützpunkt zu haben, sondern in den einzelnen Regionen in Frankreich, sodass man die Departements auch vertreten sieht oder die Region Grand Est oder auch andere. Und das macht es eigentlich aus, dass wir dadurch, dass wir ja ehrenamtlich arbeiten, unabhängig sind und über die Emotion, das gesteuert wird. Das heißt, jeder, der seine Region, wenn man bei dem Beispiel Frankreich repräsentieren möchte, kann auch auf uns zukommen. Insoweit ist es jetzt nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt 42 Länder und das ist damit gut, sondern da gibt es noch viel Potenzial nach oben. Ja, das heißt aber auf der anderen Seite, wenn man es mal runterbricht, die große Stärke unseres geliebten Föderalismus, in einzelnen Regionen den Halt zu sein, sagen Sie, das wäre auch denn die Stärke, für dieses Thema nach vorne zu bringen, für zu netzwirken, dass wir viel mehr regional in Regionen denken müssen. Also, dass wir jetzt, ich sag mal, jetzt schon nicht wieder sagen, in Frankreich hat man sich jetzt entschieden, da jetzt den Bezirk Grand S zu machen und damit sage ich einmal, Grand S reicht, sondern dass wir dann halt wirklich hingehen und sagen, das muss im Elsass jemand sein, das muss in Lothring jemand sein und nicht jetzt immer nur in diese großen Flächen, sondern wirklich zu versuchen, ich sag es mal so, einen SAS-Föderalismus irgendwie zu etablieren, um da auch wirklich in die Breite gehen zu können. Ja, also Matthias Horx verwendet ja diesen Begriff der Glokalisierung, also Globalisierung und lokal. Das heißt, wir denken ja jetzt, auch gerade in Corona-Zeiten immer mehr daran, dass wir jetzt lokal und in Regionen denken und wie wir dieses Lokale in der Welt vernetzen. Und ja, auch die Städte denken ja mittlerweile so, dass sich die Städte vernetzen untereinander virtuell und so auch gewisse Regionen sich vernetzen untereinander. Und so, denke ich, muss man das jetzt auch sehen. Wir definieren ja das Saarland als ein emotionales Wir und überall, wo er dieses emotionale Wir findet, kann man eigentlich diese Idee dann auch weiter transportieren. Also wenn die Elsässer sagen, wir Elsässer fühlen uns emotional zusammengehörig, dann kann man das auch entsprechend verbinden mit denjenigen hier im Saarland. Oder das geht auch bis hin zu Regionen in Deutschland, die sagen, wir haben hier als Hannoveraner oder als Hamburger eine eigene Identität. Und wir möchten uns auch repräsentiert wissen, also wir als Saarländer repräsentiert wissen in Hamburg und können auch da eine entsprechende Saarlandbüro aufbauen. Also ich sage das deswegen, weil die Leute auf uns zukommen und sagen, wir fühlen uns als Saarländer hier aufgehoben, wenn wir so einen Freundeskreis und Saarlandbüro haben, auch virtuell. Und vielleicht treffen wir uns auch mal real. Und deswegen muss man immer in diesem emotionalen Wir, in dieser Identität denken, in diesem Identifikationsgefühl. Und kann so, denke ich, schon vieles verbinden. Ja, es gab ja schon immer in Berlin einen Saarländer-Stammtisch, glaube ich, zwischen 90 und 110 Exil-Saarländern, die sich da denn immer treffen. Klar, da haben Sie jetzt eigentlich schon mal ein gutes Beispiel gebracht, das gibt es auch, aber das emotionale Wir ist, wäre dann eigentlich auch saarländisch, könnte man auch dran aufs Shirt schreibe, gefiel es mir. Ja, das wäre dann ja schon. So willst du jetzt mal die rein fränkische Übersetzung? Das kommt gut. Aber jetzt will ich mal noch in eine zweite Runde gehen, weil wir jetzt eigentlich immer drüber reden, diesen Effekt, es ist der Saarländer, es ist ein virtuelles Saarlandbüro irgendwo, und der Saarländer will aus dem Land heraus irgendetwas tun. Und das heißt jetzt kulturell, gesellschaftlich, man darf ja auch das Thema NGOs nicht vergessen. Letztendlich sind Sie ja als HS Foundation auch ein NGO. Ja, ein schönes Wort für ehrenamtliche, gemeinnützige Tätigkeit. NGOs nicht vergessen. Wie sehen Sie denn den Effekt jetzt mal umgekehrt, wenn jetzt ein Saarländer sagt, Mensch, ich habe da eine tolle Idee, sei es eine kulturelle, oder ich suche eine tolle Idee, gesellschaftlich, kulturelle, ich habe da so ein Thema, das ich gerne hier im Saarland transportieren will, oder natürlich auch eine Dienstleistungsidee, irgendwas für hier ins Land zu nehmen. Sind Sie der Meinung, oder schätzen Sie auch, dass dieser umgekehrte Weg halt funktioniert, dass man jetzt zum Beispiel, bleiben wir jetzt mal bei Rauber, der unvergessen war in der Gesprächsrunde, der ja da zum Beispiel gesagt hat, die Brasilianer sind unheimlich auf Social Media Geschichten, Kommunikation, online und so weiter ausgelegt. Meinen Sie, es funktioniert auch so, dass der zum Beispiel sagen könnte, ich habe hier ein ganz tolles Produkt oder eine ganz tolle Struktur, wie man neue NGOs kreieren, konstruieren oder auch umsetzen kann, wäre das nichts für euch im Saarland, wird dieser Weg so auch funktionieren, oder meinen Sie, es geht immer nur aus dem Saarland raus? Nein, also das ist ein ganz wichtiger Hinweis noch mal, das soll natürlich keine Einbahnstraße sein, so One-Way-Ticket, also vom Saarland in die Welt, sondern auch natürlich umgekehrt von der Welt ins Saarland. Und da denke ich, das ergibt sich durch den Austausch. Also wenn dann die entsprechenden Akteure, jetzt bei dem Beispiel in Brasilien und bei uns im Saarland, dann miteinander in Kontakt treten und sich da austauschen, dann werden ja ganz konkrete Themen besprochen. Und man kann dann schon sagen, auch wir als Netzwerk, wenn da ein Thema aufkommt, ein ganz konkreter Punkt, wie jetzt in Ihrem Fall vielleicht ein Start-up, das eine ganz tolle Idee hat, findet das jetzt vielleicht auch umgekehrt hier im Saarland Zuspruch, könnte man da auch eine gemeinsame Initiative starten, wirtschaftlich gesehen, oder wenn man kulturell das sieht, vor dem Hintergrund der Völkerverständigung, könnte man da ein gemeinsames kulturelles Projekt draus machen. Also es soll immer in beide Seiten gehen. Und das ist ja eigentlich das Spannende, dass wenn jeder Akteur sein Thema einbringt, dass in der Gemeinsamkeit auch noch mal was ganz Neues entstehen kann. Also dass man zwei Ideen vorher hatte, die zusammenkommen und dann dadurch ein neues Ganzes entsteht, wäre auch eine Möglichkeit. Entdecken Sie damit eigentlich auch gerade eine neue Organisationsstruktur, Kommunikationsstruktur für NGOs-Wesen, wenn Sie jetzt sagen, wir machen das Thema als emotionale Globalisierung und als virtuelles Büro, sind Sie da drin in Gänze, ein tolles neues Projekt, auch ideelle Geschichten umzusetzen, zu strukturieren, organisieren? Oder sagen Sie eigentlich, das ist jetzt rein für dieses Projekt solitär und würden Sie vielleicht für andere Projekte so nicht umsetzen? Das heißt, wir als Stiftung verstehen uns ja immer als Plattform. Das heißt, wir selbst können ja das Projekt auch nicht direkt umsetzen, sondern suchen immer Mitstreiter, suchen Kooperationspartner, damit das Projekt auch gelingt. Insoweit haben wir diesen Plattform-Gedanken. Der ist vielleicht, vielleicht verstehe ich die Frage so richtig, relativ neu dann, dass wir sagen, wir arbeiten jetzt nicht in diesem klassischen Sinn, wir haben als Verein ein ganz konkretes Ziel und sind bei diesem Ziel jetzt dabei, sondern wir haben diesen Plattform-Gedanken und sagen, die Ideen, die an uns herangetragen werden, die verbinden wir und wir bringen die Akteure zusammen und wir helfen, dass sich das Projekt dann weiterentwickelt und wir berichten dann über das Projekt, damit andere kommen und sagen, ich möchte auch in meinem Land was Ähnliches machen oder was anderes und ich finde toll, dass es überhaupt so eine Möglichkeit gibt, also über dieses Geschehene zu kommunizieren und da weitere Mitstreiter zu gewinnen, das ist auch ein wichtiger Punkt für unsere Stiftung. Ja, weil das so gesagt, das ist ja so ein neuer Weg, der sich damit irgendwo generiert und vielleicht noch mal spannend für viele andere Dinge oder andere Situationen. Die SAS ist ja jetzt nicht das erste Projekt der SAS Foundation, da haben sie ja schon wirklich in den vielen Jahren viele tolle Projekte auf den Weg gebracht und das ist eben eher im Prinzip, würde ich ja fast sagen, schon für Sie als Stiftung eine Daueraufgabe. Da gibt es ja jetzt eigentlich nach dem Start theoretisch praktisch kein Ende, oder? Ja, also wenn Sie so wollen, ist das eine Lebensaufgabe und da die Stiftung ja für die Ewigkeit angelegt ist, würde ich dann, wenn ich irgendwann mal in ein Alter komme, wo ich es nicht mehr machen kann, den Stab dann weitergeben und sagen, hier haben wir eine Institution aufgebaut und diese Institution ist eben dafür geschaffen, dass man dieses Netzwerk dieser Saarlandbüros auch weiterhin befeuert und dass das am Leben bleibt. Also so ist es von der Stiftungskonzeption angelegt und wäre natürlich toll, wenn das sich immer weiter entwickeln würde und auch wenn man das jetzt nicht von heute auf morgen dann wieder alles auf Eis legen würde, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, aber das ist ja so ein wichtiger Aspekt, auch wenn das jetzt jemand tun möchte, dass das jetzt wirklich jetzt nicht Projekt ist, der oftmals so das Wort ich fange irgendwo an und höre dann irgendwo auf, dass das wirklich dauerhaft angelegt ist, was natürlich auch heißt, wenn irgendjemand dann sagt, ich habe jetzt keine Zeit mehr, mein virtuelles Saarlandbüro zu betreiben, kann man ja auch gerne direkt mal einen Nachfolger suchen, ja, oder dann halt dementsprechend neu begründen. Ich glaube, wichtig ist jetzt schon, dass man diese Botschaft rüberbringt, dass das jetzt wirklich sehr lange laufen soll, dass wir jetzt nicht krampfhaft versuchen müssen, auf die Schnelle irgendwelche super Leuchttürmergebnisse zu bringen, weil man hat ja jetzt eigentlich auch wirklich Zeit, das seriös, sehr solide, sehr durchdacht aufzubauen und dann in diesen Langzeitbereich zu denken. Übrigens, ich werde natürlich sauer, wenn Sie vor mir in den Ruhestand gehen, darüber sind Sie mir ja schon im Klaren, dass ich dann hier trotz virtuellem Home-Studio abfackele, aber darüber müssen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Also dann hoffe ich doch, dass Sie diese Themen noch sehr, 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 sehr lange bespielen können. Ja, vielen Dank für den Hinweis nochmal. Und zum anderen muss man sagen, es ist schon auf Dauer angelegt, die Stiftungskonzeption aber auch, und denke, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, dass wenn jemand an einem konkreten Projekt interessiert ist, dass das zeitlich befristet ist, dass wir das natürlich dann auch aufnehmen und mitbegleiten. Und weil das haben wir auch jetzt gelernt, dass gerade im ehrenamtlichen Bereich dieser Trend immer mehr zu gewissen Projekten hingeht. Und auch das ist ja für ein Saarland-Büro möglich, dass man sagt, da ist eine Struktur als Saarland-Büro, da ist eine Plattform, die wird ein spezielles Projekt vorantreiben und irgendwann ist das Projekt beendet, man kann ein neues Projekt beginnen, sodass dann auch die Teilnehmer sich verändern können. Also das ist alles sehr flexibel gedacht. Ja, ich glaube, das ist ja auch sinnvoll, dass man praktisch so Organisationsstruktur schafft, wo man viele unterschiedliche Projekte platzieren kann. Und ich glaube, es hängt ja auch dann wieder individuell an jedem Einzelnen, wo er sich sieht, ob er sagt, das ist so mein Thema, auf das ich mich fokussiere, auf das ich mich spezialisiere, oder dass er halt sagt, wie sie das am Anfang ja schon schön aufgelistet haben, zu sagen, das kann alles sein. Das kann Kultur sein, das kann Gesellschaft sein, das kann Wirtschaft sein. Also die Palette sind ja schon unheimlich groß. Dahingehend wäre es natürlich toll. Oder kann natürlich ja auch sein, dass zwar jetzt einer sagt, ich mache mein virtuelles Saarlandbüro dort, aber jeder kann sich ja auch anschließen. Und das kann man ja auch zu dritt, zu viert, zu fünf, zu sechs betreiben. Ich glaube, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Oder ich sage es mal so, wenn jetzt ein Verein da wäre und sagt, wir würden gern ein virtuelles Saarlandbüro sein, sagen sie auch nicht nein, weil ich sage mal, ich glaube, es gibt in Florida 56 oder 80 Deutschlandclubs, also ehemaliger Deutscher oder Nachkommen von Deutschen so. Man kann ja auch jetzt mal irgendwo sagen, wir sind, es gab 1934 auch ein Club der Saarländer in New York. Da habe ich noch ein historisches Bild. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es den in New York noch gibt. Seitdem müsste man mal sehen. Aber im Prinzip könnte jetzt auch ein Verein, Institution, NGO kommen und sagen, wir werden ein virtuelles Saarlandbüro. Das muss ja nicht an Einzelpersonen verhaftet werden, oder? Ja, richtig. Also wir haben, ich sage mal zum einen, die Saarlandbüros mit den Saarland-Experten in dem jeweiligen Land. Wir haben ja auch zum anderen, jetzt hier im Saarland, Länderexperten für das Saarlandbüro im Ausland. Das heißt, das kann zum Beispiel eine saarländische Auslandsgesellschaft sein, japanisch, mexikanisch, georgisch, wie auch immer. Es gibt ja sehr viele Gesellschaften hier im Saarland. Und mit diesen, wie wir es nennen, Länderexperten können wir dann auch gemeinsam das Saarlandbüro quasi unterstützen. Dass ich sage, beispielsweise jetzt Mexiko, bringe ich mal das Beispiel. Wir kooperieren hier ja auch als SAS Foundation mit der deutsch-mexikanischen Gesellschaft im Saarland. Und warum sollten wir nicht dann, also die deutsch-mexikanische Gesellschaft als Länderpart und wir als Stiftung gemeinsam ein Saarlandbüro in Mexiko betreiben? Und auch umgekehrt, wenn man jetzt guckt, wer ist in Mexiko, welche Organisation, dann kann die auch jemand in das Saarlandbüro quasi delegieren und sagen, auch du bist oder ihr seid mit Teil dieses Netzwerks. Also das ist in jederlei Hinsicht, sind wir da offen. Und das ist ja, wie gesagt, Netzwerken, wir wollen ja alle einbinden und integrieren. Das ist die Idee. Gut, dann hoffen wir jetzt, dass Dr. Harald Schneider jetzt diese Talkrunde hier sieht und sie morgen dann direkt anruft und sagt, selbstverständlich macht die deutsch-mexikanische Gesellschaft Saarland mit Ihnen zusammen ein virtuelles Saarlandbüro. Wenn nicht, rufen wir ihn an und lassen ihm die Passage hier vorspielen an der Stelle. Da sind wir ja relativ skrupellos. Oder wie man bei uns denn im Saarland sagen würde, haschte Geherd, was er gesagt hat. Vielleicht da noch eine Anmerkung. Also ich habe mit ihm natürlich auch im Vorfeld schon darüber gesprochen und habe von ihm ein positive Feedback. Also die Absicht ist da. Gerne können wir da zusammen was machen. Die Frage ist immer nur, wie und wann. Aber da haben wir auch schon Ideen. Aber das müssen wir natürlich dann wieder bilateral weiterentwickeln. Okay. Dann bin ich gespannt, wenn wir den ersten Talk nach Mexiko machen. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwo in so einem Brero zu Hause hätte. Das würde denn doch Spaß machen. Ich glaube, jetzt sind wir heute noch mal wirklich ein gutes Stück in der Kommunikation näher gekommen. Ich glaube, waren auch wirklich sehr viele, vielen Dank, Herr Hartz, viele erhellende Aspekte noch mal dran, was man da alles tun kann. Ja, das ist auch, glaube ich, wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt in diesen Kontexten. Was ist möglich? Was kann man tun? Oder welche Konstellationen kann man sich vorstellen? Weil ansonsten ist das, glaube ich, vielleicht auch manchmal ein bisschen schwer greifbar. Virtuelles Thema kann auch zu virtuellen Verwirrungen führen. In diesem Sinne werden wir jetzt als nächstes das Gespräch den Wohl machen mit Ohio. Und wie gesagt, da sind wir mal an diesem schönen Beispiel, wie ich schon seit Jahren im Ruhestand, die Welt immer noch kreativ mitgestalten kann. Das wird sehr hübsch. Und dann halt vielleicht in ein, zwei Wochen wieder eine kleine Resümee-Talk-Geschichte, wo wir denen ganz einfach sagen können, was hat sich jetzt als nächstes bewegt. Wir freuen uns natürlich auf Kommentare. Am liebsten freuen wir uns natürlich über nette Kommentare, die man dann hier in den einzelnen Kanälen schreiben kann. Ich hatte ja vorhin schon, kann ich aber gerne nochmal machen, Namen von Herrn Harz. Wir haben dann auch die Internetseite und ich habe auch die Mail-Adresse. Ich glaube, ich habe die richtige genommen, aber Info ist eigentlich immer eine ganz gute. Ja, top, die Watte quillt. Die Info-Mail-Adresse, da drunter gemacht. Scheuen Sie sich nicht, setze ich mit uns auseinander. Wir freuen uns natürlich aber auch über Anregungen. Oder wenn Sie selbst mal hier in unserer Talkrunde mitmachen wollen, melden Sie sich einfach. Freuen wir uns drauf. Wir setzen uns immer gerne mit kreativen Vorschlägen, Anregungen oder auch mit dem einen oder anderen Hinweis, was wir vielleicht bisher vergessen haben, gerne auseinander. Sie ziehen die Augenbrauen hoch. Ich weiß, Sie vergessen nichts, Herr Harz. Ich erlaube mir doch schon mal den Luxus des Vergessens. Das ist im Rahmen des Möglichen. Und heute wollen wir denn mal diese Gesprächsrunde beenden mit einem neuen kleinen Jingle, der eigentlich jeden motivieren sollte, sich dieses Themas der virtuellen Saarlandbüros anzuschließen. Und wir schauen ganz einfach mal, was haben wir uns denn da ausgedacht, eingefallen. Und ich hoffe, es motiviert Sie, virtuell bei uns dabei zu sein. In diesem Sinne, tschüss, bis nächste Woche. Man streamt sich. Ciao. Bis zum nächsten Mal.